Willkommen zurück zu meinem Let's Play Card Hunter. Das letzte Mal haben wir bereits unsere erste Quest in den White Skull Canyons fertiggestellt. Und ich glaube, wir könnten uns jetzt unseren dritten Mitstreiter holen. Ja, wie gesagt, ich habe das etwas falsch angelegt. Wir werden jetzt einfach einen Human Priest nehmen. Den werden wir mal Recruiten. Und wir nennen ihn Roy Greenhilt. Okay. Gut zu wissen. Mhm. Wir haben noch nichts an. Aber... Wir haben... Wuhu! Wir haben doch... Soweit ich weiß. Genau. Erstens haben wir noch das da. Das können wir verkaufen. Zweitens haben wir hier so einen Blessed Demon Claw. Ah, da haben wir eh schon was. Fruit Healing Charm. Miner heal, miner heal, miner heal. Okay. Was haben wir da? Adventuring Boots. Walk, Simple Strike, Reliable Height. Na ja. Und Divine Weapon, Bare Fists. Können wir so eine Waffe da hier geben? Nö. Na gut. Aber wir haben ja jetzt relativ viel Geld. Das heißt, wir könnten da eigentlich irgend sowas kaufen. Clumsy Job. Light heal. Was kann das? Choose up to two. Ah, da können wir zwei auf einmal angreifen. Hm. Das ist schon mal nicht so schlecht. Missguided heal. Heal for healing is applied after damage. Äh. Ah. Man macht zwei Schaden. Und. Ist doch vor. Äh. Das verstehe ich nicht. Das kann nur was. Simple Bash. Playstation Grab. Pasch. Healing Pose. Ah. Da heilt man gleich mehrere. Mhm. Wer hat denn das? Flaring Torch. Und meiner Heal. Hm. Hmm, und this card does damage, increases its damage by 4, if the affected character has a form card attached. Booming 2. Hm, okay, find ich mal so schlecht. Hm, vielleicht sollten wir uns das kaufen. Ja, wissen wir nicht. Äh, so, es kann Miner Heal, es hat diese komischen Sachen, Unholy Friends hier. Okay. Righteous Friends seeking us all. Und Healing Paths. Okay. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall nicht schlechter als das da. Inspiration. Righteous Friends. Hm. Inspiration. Demonic Feedback. Target draws a card, you take 4 Unprevented Unholy Damage. Was auch immer. Oh mein Gott. Das sind viele Sachen. Na, Preacher of the Night. Trade. Attach this card to yourself, duration 3. When you take silver damage, add 3 to that damage. This is negative. That is negative. Demonic Revenge. We take 4 Unpreventable Unholy Damage. Ah. Was ist das Unholy Wellspring? If you can bear the pain, none will be able to stand in your way. Was macht Frenzy eigentlich? Add 4 damage to any melee attack you play, or 3 damage to any magic or projectile attack. Bist du wahnsinnig. Ist aber ganz schön für ein Güst. Aber dafür hat es auch einen relativ schönen Nebeneffekt. Das ist kein Ringtouch. Ist ein Angriff bei dem man sich selbst hält. Hm. Kann man das verlaufen? Nein, kann man noch nicht. Das sehen wir nicht. Avenging Touch. For each point of damage this attack does heal one your other allies. Hm. Hm. Surestrike blessing. Attach to target. When target next plays a melee attack, that attack is unblockable and penetrating. Hm. Oh, nicht schlecht. Was ist das? Das kann man auch nicht. Stone feed. Attach to target. Target gains armor one and cannot be moved to or placed in a new location by cards controlled by its enemies. Okay. Avenging Touch. Locked guard. Discard old lock and armor cards. Super. Nee. So negative Effekte will ich nicht nehmen. Inspiration. Hm. Hm. Das ist eigentlich nicht schlecht. Nehmen wir das. Damit können wir uns einerseits hailen. Und andererseits. Na ja. Wir sind alle zirka gleich. Ja. Schön. Suchen wir dann später mal. Besser hier vielleicht. Na gut. Ähm. Das dazu. Huch. Was ist jetzt passiert? Was kommt aus dem Ding? Ah. Ganz günstige Sachen gibt es hier. Also. Hm. Hm. Und hier haben wir unser Keep. You can check out your collection here. Welche Collection? Okay. Wir sind in irgendeinem Keep. Das unseres ist wahrscheinlich. Okay. Wir haben hier zwei. Zwei. Ein Level 2 Adventure. Ein Level 3 Adventure. 4 und 4. Na ja. Dann würde ich fast sagen. Fangen wir bei einem Level 2 Adventure an. The Wizards Workshop. A wizard seeks you out. With an unusual offer of employment. Liberate his home from his crazed magical constructs. Na super. The wizard Aloysor has asked you for help. It seems his recent mechanical creations have gone haywire. Attacking anyone who steps foot inside his tower. He offers to reward you if you will rid his home of the out of control golems and ornithopters. Will you climb the forbidding stairs to the wizard's workshop? Na klar. Beginner Adventure. Hmm. Maloyzor's tower is neat and well furnished. The wizard is an enthusiastic horticulturalist. This adventure will teach you the importance of armor. Pay attention and you may just learn something. Okay. And he has placed magnificent ficus trees in the corners of this room. As you step inside the tower. Two ting golems whirr into life and lurch towards you with murderous intent. Ting golems? You can't see it. Schmitz. Anger. Okay. It is your turn to play? Hmm. So I'm here, Well then step. Okay... Wir warten mal. Unsere Anfeuerung. Sneak is clumsy. Attach this card to yourself. You cannot turn to face your target when playing cards. And you do not turn to face attackers. Was? Whatever. Besonders schnell sind die ja sicher nicht. Little Sepp Sepp Bash. Hm. Simple Strike Train Touch. Okay, wer mit dir? Was? Was? Machen die nichts? Nein, ich bin so dumm. Ich hätte nie herangehen sollen. Der kriegt jetzt sicher was ab. Was? Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Sie müssen die mit dir wegschrauben. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ja, vielleicht hätte man nicht ihn vorne hinstellen sollen, aber gut, soll ich sagen... If you have more than two cards at the end of the round, you have to discard down to two. Ah, den penetrating cut will ich mir einfach eigentlich behalten. So, da einen Sepp, da einen Lidl Sepp. Oh, der geht in die Armour. So... Wir bewegen dich hierher. Au. Au. Wie viele Lebenspunkte hat der jetzt noch? Äh... Nein, nicht der Golem. Fünf von zwölf. Und die haben noch genau eine Karte. Wie wird er das überleben? Hm. Was kommt das? Flaring Torch. Oh, das schaut gut aus. Aufschüttelig. Au. Irgendwo weg. Tja, das kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Pech gehabt. Aber damit macht sie vier Schaden. Wenn das durch die Rüstung durchgeht, wäre er tot. Ach ja. Was ist da hier? Außerdem ziehen wir eins weg. Das ist gut. So. Penetrating. Cut. Great Frenzy. Sehr gut. Und wir machen einen Penetrating. Das war gut. Gut. Uff. So. Wie kann es denn meiner Heal machen? Oder ein Run? Was kann denn das Heal tun? Nein, du machst einen Run. Ich will gar nicht wissen, was passiert. Nein. Mist. Dann müssen wir wohl ein Miner Heal machen. Ah, die können sich nicht mehr bewegen. Das ist gut. Oh, zwei Mädels. Oh ja. Oh Gott. Oh Gott. Die Wahrscheinlichkeit ist also... Oh Gott. Er hat nicht einen einzigen Angriff. Echt jetzt? Oh, sie hat noch einen Force Bolt. Entschuldigung. Das ist nicht dunkel. Die Mann. Magik So wir müssen auch passen Kriegblock oder Flamesblock So warte mal das kann Danger 4 oder less Und das kann Damage 2 oder less Na guck das hauen wir mal weg Und 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 das Ok Ok So Dreamtouch Joho Das hat ja fast schon Funktioniert Das 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 The golems have been reduced to parts of scrap metal amongst the debris you find occur. You leave the broken parts of four alloys or to clean up and climb to second to our level. Like loot. No chest. Psy, I suppose it would be too much to expect that you youngsters have joined the card hunter club yet. Duh. As usual, I have to explain everything. Club members get an extra item each time they open a chest. So you can become a club member. Is my fault. Okay, go. Was kam das? Shoddy Penitent's Mail. Level 1 Uncommon Divine Armor. Okay, wir können aber noch gar keine Armor tragen. Und was ist das? Level 1 Common Arcane Item. Ähm. Was suchlos könnte das wahrscheinlich tragen, oder? Mhm. Penetrating Zap und Zap. Big Zap und Little Zap. Äh. 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 Könntest du weggehen? Du Depp. So. Passt. Pizza. Pizza. Was ist Pizza? One Large with Tofu and Pineapple. Ah. Okay, die Pizza Slices kann man glaube ich für Geld kaufen. Continue. With extra Tofu. Right? Ha 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 ha. Couldn't forget that order. Oh my god. Oh my god. Oh my god, das Spiel ist verendlich. Ähm. The second floor of Aloysos Tower is a kitchen. Two more tin golems defend this area. This time accompanied by a pair of ornidopters. You shudder at the madness of it. Living machines. What was Aloysos doing? Okay. Herrschaften. Diesen Kampf machen wir das nächste Mal. Bis dahin. Alles Gute. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was schönes. Bis dann.